Keime Hurra! Mittag! Tom Thomas, du legst einen Ball auf den Tisch? Der ist doch dreckig. Weißt du nicht, wie viele Keime darauf sind? Wasch dich schnell. Guck, alles sauber. Hier, komm, für dich. Das habe ich gesehen. Geh ins Bad und wasch die Hände. Warum? Hat Kaubacke Keime? Sehr viele. Komm schon, gib ihn zurück. Schon wieder? Hi Tom Thomas. Warum bist du so sauer? Wasch du mal deine Hände fünfmal hintereinander. Keime hier, Keime da, die existieren sicher nicht mal. Natürlich gibt's die. Sie sind nur so winzig, dass man sie ohne Mikroskop nicht sehen kann. Tom Thomas, lass uns in das Büro deines Papas gehen. Er hat doch ein Mikroskop. Und so können wir uns die Keime ansehen. Keime und Mikroben sind so kleine Kreaturen, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Aber sie leben überall. In der Erde, im Wasser, in der Luft. Sie sind überall. Auch auf uns. Manche Mikroben können sich bewegen durch kleine Filamente oder Schwänze. Die meisten Keime sind harmlos, aber es gibt auch gefährliche. Geraten sie in euren Körper durch die Nase oder den Mund, könntet ihr Halsschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen. Dreh noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau hinein. Das ist ja schrecklich. Hey, lass mich auch sehen. Wow, die sind ja gruselig. Wartet mal. Hab ich wirklich auch Keime, die auf meinen Händen leben? Du sagst es. Aber ich hab sie gewaschen. Äh, siebenmal. Mit Seife? Nein, nur Wasser. Du musst Seife nehmen, wenn du Keime loswerden willst. Nicht nur Wasser. Also, welche Seife soll ich nehmen? Egal. Diese oder diese. Sie sind beide antibakteriell. Sie töten also Bakterien. Und was ist mit Keimen? Sterben sie auch? Natürlich. Bakterien sind nur eine andere Bezeichnung für Keime. Sie sind dasselbe. Wasch dich. Von Thomas, gib mir einen Tropfen der flüssigen Seife. Ich möchte richtig saubere Hände. Gut gemacht. Weiter so. Wow, wir sind sauber. Lass uns das Puzzle zusammensetzen. Alles klar. Oh, sind da nicht viele Keime auf jedem Teil? Und sie sind auf dem Fußball. Was sollen wir tun? Ich denke, wir waschen sie mit Seife. Nein, das ganze Zimmer. Hast recht. Nein, das ganze Zimmer. Wir sind umgeben von Millionen von unsichtbaren Bakterien. Dazu zählen auch die, die Krankheiten auslösen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn man folgende einfache Regeln befolgt. Esst nur gewaschenes Obst und Gemüse. Haltet euer Zuhause sauber und wascht die Hände gründlich mit Seife. Am besten mit antibakterieller Seife. Und zwar jeden Tag. Antibakterielle Seife schützt euch ein paar Stunden lang nach dem Händewaschen. Sie reinigt nicht nur eure Hände, sondern hält auch Bakterien davon ab, sich zu vermehren. Es gibt auch nützliche Bakterien. Manche Bakterien können in Milch gegeben werden, um Joghurt und Hüttenkäse herzustellen. Andere werden für die Reinigung von Wasser eingesetzt. Sogar im Inneren des Menschen sind viele nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, Essen zu verdauen. Nolik, was denkst du? Gibt es Mikroben, die auf Seife leben? Ich weiß nicht. Wir sollten die auch waschen, um sicher zu gehen. Hey, was macht ihr zwei hier? Wir waschen die Seife. Mit Seife. Damit keine Keime drauf sind. Das ist nicht euer Ernst. Hört zu. Alle Keime loszuwerden ist unmöglich. Und unnötig. Ihr müsst euch nur vor den Schlechten schützen. Ah, Bakterien null. Tom Thomas, ich muss kurz rein und... Dein Zimmer säubern. Aber ich hab schon alles geputzt. So ein braver Junge. Der Tisch glänzt ja. Alles ist so sauber hier. Gut gemacht. Was ist los? Gar nichts. Du wirst doch nicht krank, oder? Nein. Tom Thomas, du hast das wirklich toll gemacht. Aber du gehst etwas zu weit mit dem Putzen. Verstehst du? Ich verstehe. Und verstehst du's? Ich? Was denn? Das Allerwichtigste ist, dass du deine Hände mit Seife wäschst. Okay. Auf die Keime, Kämpfer. Ihr macht die Welt wieder sicher. Wieder ein paar Keime weniger. Das U-Boot Und das U-Boot verschwand in den Tiefen des Ozeans und ließ die bösartigen Haie einfach zurück. Ah, dieser Trickfilm war super. Cool. Richtig. Ach, ich wünschte, wir hätten auch ein U-Boot. Wie wär's, wenn wir eins bauen? Aber wir wissen doch gar nicht, wie man ein U-Boot baut. Wie kommst du denn darauf? Das Wichtigste bei einem U-Boot ist, dass es luftdicht ist, damit Wasser unmöglich von außen eindringen kann. Im Inneren muss eine Sauerstoffreserve sein, damit man atmen kann. Damit ein U-Boot unter Wasser tauchen kann, hat es besondere Behälter. Sind die Behälter mit Wasser gefüllt, dann wird das U-Boot schwer und beginnt zu sinken. Will man, dass das U-Boot wieder auftaucht, wird das Wasser in den Behältern durch Luft ersetzt. Und so taucht das U-Boot an die Oberfläche auf. Worauf sollen wir es machen? Außer kaputten Spielzeug. Und wo wird es fahren? Im Aquarium. Spule, kommst du nicht mit? Ich habe Angst. Aber warum? Was, wenn Wasser in das U-Boot kommt und wir ertrinken? Oder wenn uns die Fische fressen? Komm schon, Spule. Das ist doch dumm. Nicht mal der kleine Nulik hat Angst davor. Ja. Na gut. Matrosen, leihen los. Die was? Binde das Seil los. Aha. Seid das doch gleich. Bereit? Dann bringen wir es runter. Hurra, wir brauchen's. Es ist einfach wunderschön hier. Hier sind sie, die fiesen Haie. Die lernen sich wundern. Na rechts. Folge ihm. Du kannst uns nicht entkommen. Komm schon, komm schon. Ach, wir zu quillen. Das ist schrecklich. Was war das? Ich weiß nicht. Es haben sich Algen um den Propeller gewickelt. Ich will zum Mars, ja. Bleibt cool. Kein Grund zur Panik. Versuchen wir aufzutauchen. Es klappt nicht. Natürlich. Ich hatte zu Recht Angst. Was sollen wir jetzt tun? Wie wäre es, wenn wir die Luke öffnen? Nein, das geht nicht. Das Wasser würde einströmen und wir würden ertrinken. Nun, dann weiß ich es auch nicht. Ich muss mir einen Plan ausdenken. Ja. Das erste nutzbare U-Boot der Welt wurde schon vor 400 Jahren gebaut in England. Es bestand aus Holz und konnte nicht gerade tief tauchen. Im Inneren des Schiffes saßen Männer mit Rudern, also konnte es sich nicht sehr schnell fortbewegen. Etwa 200 Jahre später wurden die Ruder durch einen Propeller ausgetauscht. Aber der Propeller dieses U-Bootes konnte nur von Hand gedreht werden. So war dieses U-Boot auch sehr langsam. Jeder gute Schwimmer konnte es einfach überholen. Erst nachdem elektrische Motoren erfunden wurden, konnten U-Boote sehr tief fahren und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Wasser bewegen. Die heutigen modernen Militär-U-Boote haben Kernreaktoren für den Antrieb. Diese U-Boote können monatelang unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen. Feuer, kannst du dir schneller einen Plan ausdenken? Uns geht die Luft aus. Feuer, wir werden ersticken. Nein, werden wir nicht. Wahrscheinlich fressen uns Feuer die Fische. Hättet ihr sie nicht so geärgert? Ja, jetzt wird's ernst. Ich hatte euch doch gewarnt, oder? Ihr wolltet nicht hören. Ihr habt genau das Gegenteil getan. Moment, vielleicht klappt's. Lass uns die Batterie umgekehrt anschließen. Wechseln wir Plus und Minus. Warum? Denn dann wird sich der Motor andersrum drehen und der Propeller wird aus den Algen befreit. Wir werden euch auch nicht mehr ärgern. Versprochen. Frieden. Tausend Dank, Spule. Du hast uns gerettet. Das ist nur, weil ich am meisten Angst hatte. Nein, als alles gefährlich wurde, bist du cool geblieben. Wäre es nicht peichtig, wenn wir... Nächstes Mal... ...einen Helikopter wehren? Die Kopie. Elisa! Ach, egal. Ich hab's gefunden. Ah, nein, doch nicht. Elisa! Elisa! Ich höre sie. Ich komme, Professor Eugenius. Hast du diesen Regenschirm gesehen? Sieht aus, als hat der Professor wieder seinen Schirm verloren. Wer hat einer? Sieh, wie viele Flyer da sind. Nolik, das sind alles Kopien von einem Flyer. Elisa druckt viele davon, damit sie sie in der ganzen Stadt aufhängen kann. Ein Kopierer ist ein Gerät, mit dem man viele Kopien von einem einzigen Bild oder Dokument machen kann. Ein Bild, das kopiert werden muss, wird auf eine Glasscheibe gelegt unter einem Deckel. Der Fotokopierer bestrahlt es dann mit hellem Licht, damit er ein klares Foto machen kann. Dann wird das Bild auf Papier gedruckt, mit Hilfe besonderer Tinte und einer sich drehenden Walze. So kann man identische Kopien wieder und wieder von einem Original machen, bis die Tinte oder das Papier alle sind. Was ist passiert, Professor Eugenius? Mein Aktenkoffer, ich finde ihn einfach nicht. Ach, Sie sind so zerstreut. Erst war es der Regenschirm, jetzt der Aktenkoffer. Oh, ist das für mich? Ich mache das nicht mit Absicht. Nun, wir finden Ihren Aktenkoffer. Ich designe dafür einen Flyer und drucke ihn auch gleich aus. Jetzt weiß ich es wieder. Sie wissen wieder, wo Ihr Aktenkoffer ist? Nicht das. Diesen Morgen habe ich meinen Tee gar nicht getrunken. Aha. Also müssen wir Ihren Tee auch noch finden. Es ist so dunkel hier drin. Leise. Elisa kommt hoch. Wir müssen uns verstecken. Wo ist das Bild vom Aktenkoffer? Hier ist der Flyer für einen verlorenen Schlüssel, der für das Handy, der Flyer, falls der Professor verloren geht, hier der verlorene Aktenkoffer. Exzellent. Sieht aus, als sei die Luft rein. Und wo ist Nolik? Da ist Nolik. Gedruckt. Er steckt im Kopierer fest. Wir müssen ihn sofort halten. Ihn retten? Wir müssen alle gerettet werden, Spule. Wenn Elisa diese Flyer aufhängt, dann wird die gesamte Stadt die Fixes entdecken. Also was sollen wir tun? Warte. Oh, wir können dieses Deckweiß benutzen, um Nolik zu übermalen. Simka, sieh. Da ist noch ein Nolik. So, da ist noch einer. Verdeckt ihn gut. Und hier. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Gemälde der großen Meister live zu sehen. Aber dank der Kopiertechnologie sind diese Bilder auf der ganzen Welt bekannt. Junge Maler und Bildhauer lernen ihr Handwerk, indem sie die Werke der alten Meister studieren und kopieren. Es ist wichtig, Kopien von wichtigen Dokumenten zu haben. Für alle Fälle. Was, wenn das Originaldokument zerstört wird? Dann gibt es wenigstens eine Kopie. Kopien sind normalerweise sehr hilfreich. Aber nicht alle Kopien sind gut. Einige Kopien namens Fälschungen sind schlecht. Eine Fälschung ist die Kopie eines Bildes, Dokuments oder sogar von Geldscheinen, die als Originale ausgegeben werden. Gefälschte Kopien zu machen ist illegal. Man kann sogar für solche Kopien ins Gefängnis kommen. Und etwas hier. Simka, ich kann nichts sehen. Wir sind hier. Das Licht war so geil da drin. Ich dachte, ich war blind. Und wir mussten jede einzelne Kopie nehmen und sie übermalen. Damit die Menschen nichts über die Fixies herausfinden. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte euch helfen können. Professor. Ich gehe. Da sind sie ja. Haha. Elisa. 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 Sie ist gegangen und hängt die Flyer auf. Ja. Und ich habe den Koffer und den Schirm selbst gefunden. Ich rufe sie an und sage es ihr. Wo ist mein Handy? Habe ich es verloren? Keine Sorge, Professor. Wenn Sie es nicht finden, Elisa hat bestimmt ein Foto von ihrem Handy. Hauptsache, Elisa geht jetzt nicht auch noch verloren. Schönheit. Hey, lass das. Wow. So eine Angeberin wie Werder. Und eins. Ha. Nicht übel. Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat. Ich trainiere nur für die Schule. Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer. Hm. Ich? Das ist doch vollkommen absurd. Nolik, mach langsam. Ja. Spure, spielen wir lieber etwas schach. Aber ist der Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich. Wie cool. Ah. Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor. Ah, prächtig. Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein. Stimmt's? Haha. Keine schlechte Idee, mein Freund. Hahaha. Oh. Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen. Tja, ich bin gar nicht interessiert. Und weißt du was? Ich bin's auch nicht. Unsere Welt ist voller Schönheit. Es gibt zahllose, wunderschöne Pflanzen und Tiere. Atemberaubende Berge, Wälder und Seen. Aber das reicht den Menschen nicht aus. Sie erschaffen auch selber schöne Dinge. Künstler malen schöne Bilder, Komponisten schreiben schöne Musik, Architekten schaffen schöne Gebäude und Modedesigner machen schöne Kleidung. Das betrifft sogar auch Wissenschaftler. Sie schaffen schöne Ideen. Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien, die das Leben der Menschen verbessern. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein. Sowohl Menschen als auch Fixies. Bitte hilf mir, Spule. Wie kann ich schön werden? Hm, ich weiß nicht. Frag doch Werder. Sie hat das gewisse Etwas. Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Frisur. Das Grün steht ihr super. Grün ist schön. Aha. Okay, bis später. Hm? Spule. Hä? Was ist deine Meinung? Meinst du Feuer mag Simka? Es sieht so aus. Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange. Hm. Jetzt verstehe ich. Na, 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 na. Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Grün. Was macht eine Person wirklich schön? Das macht einen nicht unbedingt schön. Hier ist ein zuverlässigeres Rezept. Zuerst waschen und waschen und waschen und waschen und Haare kämmen. Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus. Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln und etwas Sauberes tragen. Hm? Das ist sogar noch schöner. Und zu guter Letzt, wenn man weniger Süßigkeiten isst und ausreichend Sport treibt, dann wird man sicher ein hübscher Junge sein. Oder einbezaubertes Mädchen. Feuer? Was ist los? Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vektor für mich? Na sicher. Ich liebe seine Songs so sehr. Ich auch. Besonders der Song, der so geht. Computer, 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 du bist super. Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut. In jeder Minute wär ich gern am Computer. Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist. Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm. Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst. Weißt du was? Ich habe eine Extrakarte. Ja! Ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit. Ihr seid doch alle sehr schön. Und mit dir macht es am meisten Spaß. Los gehen wir. Stopp! Ha, wartet. Oh, Simka oder Werder? Wohin geht ihr? Was meinst du wohin? Zum Konzert. Hä? Hm. Hm. Werder? Nein, Simka. Oder andersrum? Ich bin so verwirrt. Komm schon, Spule. Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werder. Gehen wir, sonst kommen wir zu spät. Hm. Blondinen haben immer Glück. Ja. Wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule. Die Spinne. Kaubacke. Kaubacke. Tom Thomas, was machst du da? Ich streichle Kaubacke. Warum? Weil ihr das gut tut. Aber rubbel ihr Fell nicht ab. Ihr seid doch nur neidisch, Leute, weil ihr keine eigenen Haustiere habt. Was soll das heißen? Wir haben ein Haustier. Juhu. Buggy. Buggy. Sie war in der Entlüftung, als ich sie das letzte Mal sah. Buggy. Komm raus da. Wir müssen reden. Hier. Das ist unsere Freundin Buggy. Wartet. Dieses Insekt ist euer Haustier? Ha. So ein Witz. Buggy ist eine Spinne und nicht bloß dieses Insekt. Aber ist eine Spinne nicht ein Insekt? Als Insekten bezeichnet man Mücken, Fliegen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Ameisen und viele andere. Spinnen sehen Insekten sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Beinchen. Aber Spinnen sind keine Insekten, es sind Arachniden. Insekten haben sechs Beine, Spinnen dagegen haben acht. Viele Insekten können fliegen, aber Spinnen nicht. Spinnen bauen Spinnennetze. Sie mögen schön aussehen, aber eigentlich sind das Fallen zum Jagen von Insekten. Wieso hat eure Buggy bitte nur fünf Beine anstatt acht? Ich weiß nicht. Sie muss sie verloren haben. Jedenfalls kann sie sehr viele Tricks. Hallo Buggy. Wie geht es dir? Den Trick können wir auch machen. Kaubacke. Pfötchen. Seht ihr? Und ich wette, eure Buggy kann das nicht. Kaubacke, sitz. Buggy, sitz. Warum sitzt du nicht? Platz. Jetzt du. Platz. Sie zu. Genau so. Platz jetzt. Das kann sie auch nicht. Das fünfte Bein ist ihr wohl im Weg. Platz, Buggy. Platz hab ich doch gesagt. Was für ein Haustier bist du eigentlich? Du kannst nicht mal einen einfachen Trick. Hey, wo gehst du hin? Warte Buggy, geh nicht. Nolik, du solltest dich wirklich schämen. Warum benimmt sie sich so dämlich? Hast du nicht gesagt, sie sei deine Freundin? Na und? Seine Freunde schreit man jedenfalls nicht an. Sie hat recht. Was für ein Freund bist du? Ich gehe sie suchen. Und ich entschuldige mich. Buggy. Buggy. Hörst du mich? Wo bin ich? Au. Wow, es tut weh. Hey. Kannst du mich hören? Kann mir jemand helfen? Bitte. Buggy. Bist du das? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Kannst du mir helfen, Buggy? Du willst mir nicht helfen. Du hast recht. Ich verdiene es nicht. Denn ich war ein schlechter Freund. Menschen haben gerne Tiere in ihrem Haus. Hunde, Katzen, Hamster, Vögel, Fische, Schildkröten. Manche haben sogar Krokodile. Je größer das Tier, desto mehr Arbeit ist es, sich darum zu kümmern. Aber jedes Tier braucht Liebe und Zuwendung, egal wie groß es ist. Fixies haben auch gerne Haustiere. Alle möglichen kleinen Käfer, Spinnen und Fliegen. Fixies behandeln sie wie Freunde und kümmern sich um sie. Natürlich ist eine kleine Spinne nicht so klug wie ein Hund, aber sie können auch trainiert werden. Einige Fixies haben es geschafft, so große Insekten wie Bienen, Käfer und Libellen zu zähnen. Fixies fliegen auf deren Rücken und transportieren schwere Lasten. Das war's. Ich stecke ganz allein hier fest. Für immer. Simka! Wie hast du mich gefunden? Buggy hat mich hergeführt. Buggy! Du hast mich doch nicht im Stich gelassen. Es tut mir leid, ich verspreche dich, Mimi wieder anzuschreien. Au, mein Bein! Halte durch, Nolik. Wir holen dich hier raus. Es war so gruselig. Du hättest da unten sterben können. Ja, ich wäre fast gestorben. Aber weißt du was? Buggy hat mich gerettet. Ja, das ist cooler als Pfötchen zu geben. Buggy ist wirklich eine wahre Freundin. Tut dein Bein wirklich sehr weh? Ah! Nee, es tut nicht wirklich weh. Mir geht's gut. Das war nur Spaß. Lisa, willst du dein Futter? Wow, Tom Thomas! Wer ist das? Simka, Nolik. Das ist Lisa. Mein Papa hat sie aus Afrika. Oh, kaum zu glauben. Du hast einen echten Papagei? Kann der reden? Papa hat gesagt, sie kann. Aber ich hab sie noch nicht gehört. Nun mal sehen, ob sie kann. Okay, sag, Lisa ist dein lieber Vogel. Nein! Sie soll meinen Namen lernen. Das wäre so cool. Lisa, sag Nolik. Das ist mein Name. Sie will über Nolik nicht sprechen. Hm, vielleicht spricht sie keine menschliche Sprache. Schöpfe. Sie soll meinen Namen lernen. Ich will über Nolik nicht sprechen. Ich will über Nolik nicht sprechen. Ich will über Nolik nicht sprechen. Papageien können viele verschiedene Klänge imitieren, die sie hören. Zum Beispiel Hundebellen oder das Klingeln des Telefons. Papageien können auch Worte nachahmen und sogar ganze Sätze der menschlichen Sprache. Aber Papageien verstehen nicht die Bedeutung der Worte, die sie sagen. Sie wiederholen einfach nur wie ein Plattenspieler. Hey, hallo! Hey, hallo! Deswegen wird man kein echtes Gespräch mit einem Papageien führen können. Auch dann nicht, wenn es ein sprechender Papagei ist. Dann lassen wir sie eben etwas wiederholen. Hey, Lisa! Tidisch! Das ist der besondere Ausruf der Fixies. Sag es! Fixies haben einen besonderen Ausruf. Tidisch! Mein Papa ist zurück! Schnell, verstecken wir uns! Hallo! Und? Wie läuft's? Redet ihr beiden schon miteinander? Ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu sagen. Ja? Hm. Lisa? Wie geht's? Lisa ist ein guter Vogel. Hm. Vorhin hat sie gar nichts gesagt. Hm. In meiner Nähe redet sie gerne. Lisa ist ein guter Vogel. Nolik ist mein Name. Hm. Wer ist denn Nolik? Äh, nein. Lisa meint, sie hat kein Glück im Spiel. Welches Spiel? Äh, verstecken wir uns! Schnell! Verstecken! Äh, wir haben Verstecken gespielt. Mit dem Papagei? Aha. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Was? Fixies? Einen besonderen Ausruf? Äh, nein. In Physik gibt es Formeln und so. Äh, das lernen wir gerade in der Schule. Naja, wie besonders Physik ist. Wow, beeindruckend. Ähm, na dann mach weiter so, mein Sohn. Puh. Ja! Die Fähigkeit, das zu wiederholen, was Menschen sagen, haben nicht nur Papageien. Krähen, Stare und andere Tiere können das auch. Und abgesehen von Tieren können auch Maschinen die menschliche Sprache wiedergeben. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden anruft und hört, bitte hinterlassen sie ihre Nachricht nach dem Signalton. Das ist ein Anrufbeantworter, der eine aufgenommene Stimme nutzt, um den Anruf zu beantworten. Noch ein Beispiel ist die Stimme in Zügen und Bussen, die die Haltestellen ansagt. Solche Stimmen sind normalerweise Aufnahmen, die immer wieder wiederholt werden. Heute gibt es auch künstliche Stimmen auf Computern, Tablets und Smartphones, die Text lesen und ihn wiedergeben können. Aber auch wenn eine Maschine weiß, was ihr sagt, weiß sie trotzdem nicht, warum ihr es sagt. Das verstehen nur Menschen und natürlich Wixies. Ha? Tom Thomas, du bist ein Held. Du hast dich da wirklich gut rausgeredet. Und Lisa. Böser Vogel, du hättest ihn fast verraten. Pass auf mit diesen Papageien. Ich verstehe. Lisa, hör zu. Vergiss alles, was wir gesagt haben. Und erwähne nie wieder Nolik. Okay? Ja, überhaupt nichts über die Fixies. Ja, wenn du einen Fixie triffst, bitte verrate es nicht. Verstehst du? Ah, sie nickt. Sieht aus, als hat sie verstanden. Lass uns schnell gehen, damit sie uns so schnell wie möglich vergisst. Jedoch wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Ah, die Dich, die Dich, die Dich. Musiknoten. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, ihr fährt aber wirklich ein geistreiches Gespräch. Geht das schon eine Weile so? Ja. Simka, sag bitte Nolik, was das ist. Ein Geschenk, oder? Aha. Von Katja. Und es hat einen Geheimcode. Genau hier, siehst du? Ha, das ist kein Geheimnis. Das sind Noten. Musiknoten. Ha, siehst du? Hab ich doch gesagt. Dieses Gekritzel soll Musik sein? Das glaube ich nicht. Komm schon, jetzt sagen es schon zwei Menschen. Simka ist aber kein Mensch. Sie ist ein Fixie. Jedenfalls sind wir in der Überzahl. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Wir verschwören uns nicht gegen dich, Nolik. Musik ist etwas, was man spielen kann. Oder was man mit den Ohren hören kann. Aber das ist nicht alles. Man kann sie auch aufschreiben. Wenn wir Worte aufschreiben wollen, nutzen wir Buchstaben. Und wenn wir Musik aufschreiben wollen, nutzen wir besondere Symbole. Musiknoten genannt. Es gibt sieben Noten. C, D, E, F, G, A und H. Je höher der Ton, desto höher sitzt die Note auf den fünf horizontalen Linien. Den Notenlinien. Noten, die so aussehen, dauern länger. Und solche Noten sind kurze, schnelle Töne. Dank der Noten kann man Musik wie ein Buch lesen. Und sie anschließend spielen oder singen. Bis ich euch nicht spielen höre, was da angeblich steht, glaube ich euch kein Wort. Worauf denn? Du weißt, dass wir keine Instrumente haben. Dann spielt es mit Löffeln. Hältst du dich für lustig? Hey, hört auf zu streiten. Ich weiß, wie wir das Lied spielen können. Mit Hilfe von Wasser. Wasser? Nur um sicher zu gehen. Versucht ihr die Musik zu spielen oder wollt ihr sie waschen? Genau. Gieß ein, Tomtommes. Etwas mehr. Hörst du, wie sich der Klang verändert? Ähä. Stopp. Und jetzt? Gieß etwas Wasser in das nächste Glas. Bis du diese Note hörst. Nämlich schau. Ha. Stopp. Jetzt hast du's. Und jetzt hier? Ja. Uns fehlt immer noch eine Note. Und was soll ich machen, wenn meine Mama heimkommt? Was soll ich sagen, was ich mache? Dass du lernst, Musik zu spielen. Und dabei noch Geschirr spülst. Das war's. Das war das hohe C. Jetzt haben wir alle Noten, die wir brauchen. C, D, E, F, G, A, H und C. Cool. Los, Tomtommes. Spiel. Wie wär's, wenn wir alle zusammenspielen? Musikalische Töne können auf ganz verschiedene Weisen produziert werden. Violinen und Cellos werden mit einem Bogen gespielt. Wenn der Bogen gegen die Seiten gerieben wird, vibriert die Seite, als ob sie zittert. Dabei entsteht ein wunderschöner Klang. Eine Gitarre hat auch Seiten, aber hier entsteht der Klang, wenn sie gezupft werden. Und in einem Klavier sind besondere Hammer, die die Seiten anschlagen, wenn der Pianist die Tasten nach unten drückt. Instrumente wie Trompeten, Posaunen und Flöten und Klarinetten machen Töne, wenn man in sie hineinbläst. Deswegen nennt man sie Blasinstrumente. Es gibt sogar Instrumente, die Klang erzeugen, wenn ein befeuchteter Finger über sie streicht. Versucht mal, euren Finger zu befeuchten und ihn auf dem Rand eines Weinglases zu reiben. Mit etwas Übung werdet ihr einen bezaubernden Klang hören. Und? Seid ihr beiden bereit? Ja! Toll! Alle zusammen! Das kenn ich! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, Tom Thomas! Zum Geburtstag, viel Glück! Tom Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Siehst du, Nolik? Und du wolltest nicht glauben, dass das Musik ist. Dafür hab ich zuerst erraten, welches Lied es ist. Hey, danke, dass ihr mir geholfen habt, Katjas Geschenk zu entschlüsseln. Und wie wär's, wenn du ein Lied an Katja schickst? Ja! Wir können Musiknoten zu einem Lied über die Fixies aufschreiben. Die Fixies? Das geht nicht. Wir sollten nicht den Text schreiben. Aber wenn es nur die Noten sind, ist das kein Problem. Hurra! Los, spielen wir es! Na klar! Na klar! Vitamine! Sieben mal fünf ist 35. Sieben mal sechs... Moment mal, äh... Es ist, äh... Tom Thomas, bist du bereit? Wofür? Den Spaziergang, schon vergessen? Oh, ja. Ich hab solche Probleme mit meinem Gedächtnis. Ich versuche, diese Tabelle auswendig zu lernen, aber ich schaff es nicht. Wenn du dein Gedächtnis verbessern willst, brauchst du Vitamine. Vitamine? Und? Wie läuft es, Tom Thomas? Nicht gut. Ich kann mir nichts merken. Lernen bringt mir gar nichts. Hey, lass dich nicht entmutigen. Wir helfen deinem Gedächtnis. Mit Vitaminen. Oh, jetzt sagst du das auch schon. Äh, wer denn noch? Sch... Nur ein... Schulfreund. Na, alles klar. Vitamine sind sehr wichtig für die Gesundheit. Auch wenn man nicht so viele davon braucht. Zum Beispiel ist Vitamin A wichtig für gute Augen und Wachstum. Vitamin T hilft uns, nicht krank zu werden. Vitamin D macht Zähne und Knochen stark. Normalerweise bekommt man Vitamine, die man braucht, indem man Obst, Milchprodukte, Gemüse und anderes gesundes Essen isst. Aber wenn man immer noch nicht alle Vitamine bekommt, die der Körper braucht, empfehlen Ärzte, besondere Vitamintabletten zu nehmen. Okay, nimm dir etwas Obst und Gemüse. Und ein paar Beeren. Die haben auch viele Vitamine. Vergiss es. Wir wollen dein Gedächtnis mit Vitaminen stärken. Und gleichzeitig kannst du die 1x1-Tabelle lernen. Ah ja, da sind 3 Kirschen auf jedem Haufen. Tom Thomas isst 5 Haufen. Na los, isst es. So, jetzt kommt die Frage. Wie viele Kirschen hat Tom Thomas insgesamt gegessen? Ich weiß nicht. Was sagst du? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann zähl doch die Kerne. 15. Das stimmt. Das heißt, 3 mal 5 ist 15. Und löse jetzt mein Problem. Tom Thomas hat 3 Paar Äpfel gegessen. Das ist einfach. Die Antwort ist 6. Ich hab leider nicht mehr Äpfel gefunden. Tom Thomas, nicht schlapp machen. Um das Problem zu lösen, musst du die Äpfel essen. Sie haben Vitamine. Sie haben Vitamine. Ich weiß nicht. shampooige Leben terminellon. Ich weiß nicht. Och sensshaped deinem интересegen. Das allesbeltierstalle. Ich hab leider nicht Learned. Und holst du es ein La ВGонge? Das war's. Ich kann nicht mehr essen. Iss weiter. Sie haben Vitamine. Wir haben sowieso nicht genug Karotten, damit ich lerne, mit 9 zu multiplizieren. Na gut, du. Dann helfe ich dir. Um 2 mit 3 zu multiplizieren, muss man nur 3 Zweien addieren. Es ist viel schwerer, eine Zahl mit 9 zu multiplizieren. Es dauert zu lange, das zu addieren. Deswegen soll man in der Schule diese Tabelle auswendig lernen. Aber man kann ganz einfach 9 multiplizieren, ohne die Tabelle oder einen Taschenrechner. Angenommen, ihr wollt 3 mit 9 multiplizieren. Legt eure Hände vor euch mit dem Handrücken nach unten. Jetzt nehmt den dritten Finger von links und bolt ihn nach unten. Was sehen wir? Da sind 2 Finger links vom gebeugten Finger und 7 Finger rechts. 2 und 7 bedeutet, die Antwort ist 27. Verstanden? Toll! Lösen wir noch eine Aufgabe. Was ist 7 mal 9? Hier sind 6 Finger und dort 3. Das stimmt. Die Antwort lautet 63. Tom Thomas, hast du all das gegessen? Aber du hast mir doch gesagt, du musst Vitamine essen. Deswegen habe ich diese Vitamine mitgebracht. So wenig? Wieso denn wenig? In diesem Glas ist genug für einen Monat. Los, nimm einen. Die sind sehr gut für dich. Sie schmecken auch gut. Stimmt. Besser als die Zwiebel. Oder der Rettig. Kann ich noch eine haben? Nein, das reicht. Du solltest nicht mehr als eine Vitaminkapsel pro Tag nehmen. Ich weiß noch, wo ich das gesehen habe. Das gleiche Glas mit dem grünen Deckel habe ich bei Katja gesehen. Übrigens, wie sieht's aus mit der Multiplikationstabelle? Angenommen, du und Katja nehmt jeder eine Vitamintablette pro Tag. Also, wie viele habt ihr nach 9 Tagen gegessen? Die Antwort ist 18. Ha, gut gemacht. Es wird besser. Vitamine helfen wirklich. Die Zahnpasta. Astronopennahrung bereit. Fertig. Rakete bereit. Und wer fliegt zur Sonne? Ich bin bereit. Ein echter Held. Tom Thomas. Weißt du, wo... Da ist sie. Du hättest fast ein wichtiges Experiment verdorben. Von globaler intergalaktischer Wichtigkeit. Was verdorben? Unsere wissenschaftliche Prüfung der neuesten Zahnpastaformel. Ich putze meine Zähne damit. Und ich als Chef-Zahnärztin werde die Tests überwachen. Also, rühr sie bitte ja nicht an. Toll. Und wie soll ich jetzt bitte zur Sonne fliegen? Komisch. Die Zahnpasta ist doch für Kinder. Na und? Aber dein Papa wird sie testen? Hä? Das stimmt. Ich werde es ihr sagen. Mama! Die neue Zahnpasta! Ich sollte sie testen. Nein, dein Papa testet sie. Denn er ist verantwortungsbewusst. Das bin ich auch. Sehr verantwortungsbewusst. Aber sicher. Dein Zimmer ist ein Chaos. Ich hatte keine Zeit aufzuräumen. Die Blumen sind nicht gegossen. Hab's vergessen. Hast du Zähne geputzt? Ja! Und zwar eine ganze Minute. Du solltest deine Zähne zwei Minuten lang putzen. Morgens und abends. Tut mir leid. Tolle Zahnpasta, Schatz. Wenn ihr keine Zahnschmerzen haben wollt, müsst ihr euch gut um eure Zähne kümmern, indem ihr sie mit Zahnbürste und Zahnpasta putzt. Zahnpasta entfernt Essen, das zwischen den Zähnen steckt. Tötet schädliche Bakterien, sodass eure Zähne stark, gesund und schön bleiben. Zahnpasta sollte in jedem Haushalt sein. Erwachsene sollten Zahnpasta für Erwachsene nehmen. Und Kinder sollten die nehmen, die gesünder und sicherer für jüngere Zähne ist. Es ist wichtig, die Zahnpasta zu nehmen, die für euer Alter gedacht ist. Tom Thomas, pass sie nicht an. Sie ist für das Experiment. Ich will nur dran riechen, keine Sorge. Und? Es riecht nach Kaugummi. Hey! Will nur die Farbe anschauen, das war's. Komm schon. Willst du das Experiment ruinieren? Leg die Zahnpasta sofort wieder zurück. Hm. Schon wieder? Ja? Ups. Und nun wieder erwischt. Ich möchte diese Zahnpasta unbedingt ausprobieren. Nun, was wenn du... Wisst ihr, wie man seine Zähne korrekt putzt? Mal sehen. Erstens, nehmt die Zahnbürste und befeuchtet sie mit Wasser. Presst etwas Zahnpasta heraus. Ein kleiner Tropfen in Erbsengröße ist alles, was ihr braucht. Dann putzt äußerlich an den vorderen Schneidezähnen hoch und runter. Zweitens, putzt die Zahninnenseite vom Zahnfleisch nach oben. Drittens, öffnet eure Zähne sehr weit und putzt die Backenzähne. Diese Zähne werden fürs Kauen genutzt. Geht vor und zurück. Mehrmals. Ihr solltet ganze zwei Minuten putzen, nicht weniger. Jetzt wird es Zeit, die Zahnpasta aus dem Mund herauszuspülen und die Zahnbürste zu säubern. Ganz richtig, die Zahnbürste muss auch gesäubert werden. Und bitte seid nicht faul. Wenn ihr eure Zähne zweimal am Tag putzt, werden sie für viele Jahre in guter Form gleiten. Mama, Papa, seht ihr? Hab alles gemacht. Gut gemacht. Und ich verspreche, dass ich meine Zähne putze und zwar richtig. So lange, wie es sein soll. Und... Und zweimal täglich? Nur wenn ich Teil eures coolen Experiments sein darf. Bitte, darf ich? Nun, ich weiß nicht. Ich glaube, wir könnten es probieren. Oh. Was? Wir haben auch diesen Schaum für Zähne. Wer wird den testen? Ich! Ein echter Held! Wie oft haben wir schon versucht, ihn dazu zu bringen, seine Zähne zu putzen? Wir haben vorher nicht seine Fantasie angeregt. Deine Idee mit dem Experiment war grandios. Simka, sollten wir es ihm sagen? Die Antwort ist nein. Wir wollen doch das Experiment nicht stören. Das Programm. Alles klar. Mal sehen. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Hebe den Arm hoch und senke den Arm. Es klappt. Ausgezeichnet. Hallo, Professor Eugenius. Hallo, Fixies. Schön, euch heute zu sehen. Was finden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator. Jetzt kann das Gerät sehen, hören und sogar sprechen. Guten Morgen. Oh, wow. Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte, dann wäre es ja wie ein Mensch. Aber es hat ein Gehirn. Hast du gesehen, wie Professor Eugenius den Computer mit dem mechanischen Arm verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, nicht ganz. Der Computer ist nur ein Stück Metall. Guten Morgen. Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin. Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter. Zieh dich um, ist Mittag, macht den Abwasch und macht die Hausaufgaben. Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm. Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt. Einen nach dem anderen. Programme werden auch Applikationen genannt. Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones. Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen. Jetzt haben wir es. Ich habe das Programm optimiert. Mal sehen. Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl, äh, äh, die schmutzige Tasse waschen. Manipulator, eine schmutzige Tasse. Eliminiere das Problem. Wird ausgeführt. Das Problem wurde eliminiert. Er hat sie wohl falsch verstanden. Ich versuch's nochmal. Räum die Scherben auf, äh. Nicht verstanden. Nun, wisch den Boden. Nicht verstanden. Wie wär's mit, befreie das Labor von allen fremden Objekten. Verstanden. Wird ausgeführt. Ich sehe zwei fremde Objekte. Hey, was wird das denn? Hey! Stopp! Sofort, das sind keine fremden Objekte. Das sind meine Freunde. Schon besser. Noch ein fremdes Objekt. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Fremdes Objekt. Genug. Stopp! Was? Du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm. Verstanden. Armverlängerung. Stopp! Sitz! Platz! Oh, hierher! Oh, Gott! Oh! 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 Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren. Das ist sicher. Es gibt Fehlfunktionen. Möhr! Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen. Diese Programme können Störungen haben. Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen. Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge. Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt. Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten sie neu zu starten. Oder schaltet das Gerät aus und wieder an. Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder. Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst. So, dass er es reparieren kann. Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen. Das ist genial. Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker. Nein, das ist meine sensible Stelle. Oh, ich glaube, dass wir das nicht mehr machen können. Ah, ich sehe, was da los war. Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler. Jetzt müsste es klappen. Jetzt sollte er sich benehmen. Probieren wir es aus. Ein Moment, auf keinen Fall. Es reicht für heute. Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen. Keine Sorge, der Manipulator macht das für uns. Der Regenschirm Hm, warum funktioniert das nicht? Das werden wir gleich sehen, Kollege. Zuerst schalten wir das Hubwerk aus. Ansonsten? Ah, Spule, da bist du ja endlich. Wo warst du denn? Ich habe einen Schirm gesucht. Was? Wozu brauchst du einen Regenschirm? Weil es heute in Strömen regnen soll. Wie kommst du denn darauf? Hab ich gehört? Gehst du schon los? Ja, ich muss das Auto rechtzeitig waschen. Ah, dann nehme ich einen Schirm mit. Hm? Du kennst das, Omen-Schatz. Wenn du dein Auto wäschst... Wird es regnen. Ha, 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 ha. Oh. Tom Thomas' Mama hat nur einen Witz gemacht. Über Omen lacht man nicht. Es wird ganz sicher regnen. Aber mit einem Schirm macht das nichts. Der Regenschirm ist eine antike Erfindung. Fast 3000 Jahre alt. In China und Ägypten machten sich Menschen Schirme aus Blättern, Federn und Papier. Die Diener mussten sie über den Köpfen der Könige halten, um sie vor der Sonne zu schützen. Als Schirme in Europa modern wurden, begannen die Leute sie als Regenschutz zu nutzen. Am praktischsten sind Schirme, die man zuklappen kann. Ihr Design ist sehr einfach. Die Stoffenden werden an den Schirmrippen befestigt. Wenn man ihn öffnet, breiten sich die Rippen in alle Richtungen aus und dehnen den Stoff über eure Köpfe aus. Mit automatischen Schirmen geht das sehr schnell. Sobald man den Knopf drückt, öffnet sich der Schirm sofort und eure Kleidung bleibt trocken, als gäbe es keinen Regen. Ein geschlossener Schirm kann als Spazierstock dienen. Und wenn sich der Griff auch einklappen lässt, dann kann man ihn in einer Tasche verstauen, wenn er nicht gebraucht wird. Also, die Kontakte sind in Ordnung. Und alle Kabel sind am rechten Ort. Was ist dann das Problem? Ich weiß nicht. Wir werden es austesten. Spule, leg den Schirm beiseite. Aber was ist mit dem Omen? Ach, ein Omen allein zählt nicht. Ich brauche einen Schraubenzieher. Verstanden. Wird ausgeführt. Oh, die Gelenke des Manipulators quietschen. Das ist auch ein Omen für mich. Ein Omen, dass sie geölt werden müssen. Hilfst du mir? Warte kurz. Dann helfe ich dir. Danke. Okay. Siehst du? Du mit deinem Omen. Es wird trotzdem regnen, das weiß ich. Siehst du die welkenden Blumen im Topf? Ist das kein Omen? Die Blumen hängen herab, weil Elisa im Urlaub ist. Und mein verehrter Kollege vergessen hat, sie zu gießen. Oh, ja, 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 ja. Gleich nach der Reparatur werde ich sie gießen. Versprochen. Ah, deswegen funktioniert es nicht. Dieses kaputte Teil hier muss ersetzt werden. Los, helft mir. Feuer. Ich fliege ins Lager und hole ein neues. Feuer fliegt aber tief, hm? Aha. Na und? Wenn Vögel sehr nah am Boden fliegen, dann... Feuer ist doch kein Vogel. Aber er fliegt tief, siehst du's nicht? Spule, gib mir den Schmiedehammer, okay? Und leg den Schirm jetzt weg. Schau, der Himmel ist völlig wolkenlos. Weil es früh am Morgen ist. Dieses Omen kennt ihr sicher. Wenn morgens keine Wolke am Himmel schwebt, wird es am Nachmittag... Es reicht. Wir sind drinnen. Mit einem Dach überm Kopf. Es kann ja nicht regnen. Schaut, es regnet. Seht ihr? Ich hab's gesagt. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Ich will probieren, mal zu spazieren. Aber es regnet den ganzen Tag. Doch das hält mich nicht fern, denn ich mag ihn sogar gerne. Mit meinem Regenschirm geh ich, wohin ich mag. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Lieblingsregenschirm. Ohne den Schirm geh ich nicht raus. Wenigstens muss ich die Pflanzen nicht mehr gießen. Da haben sie recht. Ich will probieren, mal zu spazieren. Heut scheint die Sonne, der Tag beginnt. Doch hab ich eine Ahnung bezüglich meiner Planung. Vergiss den Schirm und es regnet ganz bestimmt. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm, öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Lieblingsregenschirm. Ohne den Schirm geh ich nicht raus. Der Film. Erst zählt er, dann wirft er. Cool. Kannst du das auch rückwärts? Ja klar. Hey. Wie toll. Was für ein Wurf. Hm. Ich wünschte Simka könnte das sehen. Warum machen wir keinen Film für Simka über Feuer? Wir können meinen Fixie-Tab nehmen. Es hat eine Kamera. Wieso ist er nur für Simka? Wir machen ihn für uns alle. Eine tolle Idee. Ich werfe den Ball in den Korb und Nolik wird es filmen. Was sollen wir tun? Ihr könnt sein, was ihr wollt. Die Cheerleader oder Trainerinnen. Ja, eine Cheerleaderin. Ich bin dabei. Filme wurden vor mehr als 100 Jahren erfunden. Nach der Erfindung des Celluloid-Films. Ein Film besteht aus einer Serie kleiner Fotos namens Frames. Wenn man sich die Frames schnell ansieht, eins nach dem anderen, sieht es so aus, als ob das Bild auf dem Bildschirm anfängt, sich zu bewegen. Schwer zu glauben, aber die ersten Zuschauer hatten Angst, als sie auf der Leinwand einen auf sie zurasenden Zug sahen. Zuerst waren die Filme stumm. Erst später lernte man, wie man Filme Ton macht. Und bald darauf lernte man, wie man Filme in leuchtenden, schönen Farben macht. Heutzutage wird nicht mehr auf Film gedreht. Heute werden Filme mit Digitalkameras gemacht. Heute sind in fast allen Handys und Tablets Digitalkameras eingebaut. So kann jeder einfach seinen eigenen Film drehen und ihn mit seinen Freunden teilen. Feuer hat es drauf. Keiner rief die Erd. Hey, die Kamera ist doch noch gar nicht an. Macht euch bereit. Los geht's. Feuer hat es drauf. Keiner rief die Erd. Schnell die Erd. Ich hab's. Zeig mal. Feuer hat es drauf. Und wo ist der Ball? Er flog. Dorthin. So geht das nicht. Du musst den Ball filmen, wie er durch die Luft fliegt. Verstehe. Auf die Plätze. Feuer hat es drauf. Wie war das? Es war sehr gut. Ich hab's. Feuer hat es drauf. Und wo bin ich? Du bist irgendwo da drüben. Und wir sind nicht im Bild. Wozu machen wir das dann? Nolik, achte darauf, dass alle im Bild sind. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Und wenn ich den Ball werfe und Feuer filmt? Nein, Nolik. Es ist besser, wenn Feuer wirft und du filmst. Feuer trifft auch nicht immer. Versuche du mal zu treffen, wenn die alle im Weg stehen. Ah, jetzt sind wir schuld. Warum lernst du nicht zu spielen? Streitet ihr schon wieder? Wir drehen einen Film. Wow. Kann ich ihn sehen? Da gibt es nichts zu sehen. Ich hab nur Teile. Und keiner ist gut. Keine Sorge. Das ist kein Problem. Was ihr jetzt braucht, ist Schnitt. Was brauchen wir? Filme werden normalerweise nicht an einem Stück gedreht. Nur ein Teil nach dem anderen. Und jedes Stück kann mehrmals gedreht werden. Mit der Kamera in verschiedenen Perspektiven. Dann kann man daraus auswählen. Nach dem Dreh kann man die besten Teile nehmen, sie aneinander rein und daraus dann den Film machen. Diesen Prozess nennt man Schnitt. Mit dem Schnitt kann man Filme machen, die etwas zeigen, dass man unmöglich an einem Stück drehen könnte. Also mal sehen. Für den ersten Dreh haben wir dieses Teek hier. Für den Ball, der in dem Korb geht, das hier. Und ich mag das hier, wo ich werfe. Und vergiss nicht mich und Spule. Natürlich nicht. Und das ist unser Film. Feuer hat es drauf. Das können wir jetzt unserem Lehrer zeigen. Und auch Ziffer. Und Papus und Marcia. Seht, das ist meine Version des Films. Was war das? Das stimmt doch nicht. Oh doch. Mit meinem Schnitt. Das ist nicht fair, Nolik. Feuer konnte den Ball hundertmal treffen. Unbearbeitet. Du sicher nicht. Hey Leute, streitet euch nicht. Soll ich euch beibringen, wie man den Ball ins Netz wirft? Ja. Alles klar. Dann mal los. Und hopp. Feuer hat es drauf. Keiner wirft wie er. Wuhu. Geld. Hallo? Hallo? Aha. Feuer. Kannst du mir bitte helfen? Sorry, Werder. Ich muss ins Lager gehen. Sofort. Ich habe dir gestern geholfen, oder nicht? Aber ich dir am Tag davor. Ach ja? Und was ist mit letzter Woche? Ich habe dir dreimal geholfen. Weißt du was? Dafür ab. Ihr habt euch geholfen, als es nötig war. Kein Grund, das zu zählen. Natürlich, Spule. Keiner von uns fragt so oft nach Hilfe wie du. Das stimmt nicht, Werder. Seht doch, wie Elisa Professor Eugenius hilft. Sie streitet nicht mit ihm? Natürlich nicht. Sie ist ja auch verknallt in den Professor. Genau genommen ist das ihr Job. Und dafür, dass sie ihm hilft, bekommt sie Geld. Hm. Geld. Das ist eine clevere Idee. Geld wird ständig von einer Hand in die andere gereicht. Ein Mensch führt eine Arbeit aus und im Gegenzug bekommt er Geld dafür. Er kann es nutzen, um sich Dinge zu kaufen, die er braucht, wie Kleidung und Essen. Oder er kann andere für deren Arbeit bezahlen. Zum Beispiel einen Taxifahrer für eine Fahrt, einen Friseur für den Haarschnitt oder einen Techniker für den reparierten PC. Alle Menschen sind Teil des Geldkreislaufs. Aber anders als Menschen benutzen Fixies gar kein Geld. Wir kommen gut ohne, klar. Von jetzt an machen wir es so wie die Menschen. Wenn du für jemanden arbeitest, bekommst du Geld dafür. Und wenn du Hilfe brauchst, bezahlst du. Und dann gibt es keinen Streit mehr. Oder falsche Anschuldigungen. Und die sind für Simka und Nolik. Jetzt ist alles fair. Was ist das? Na, Geld. Was sollen wir damit machen? Das weißt du nicht. Du bezahlst jemanden, der dir hilft. Ich mag diese neue Idee gar nicht. Gar nicht. Ich mag diese dovle Ignregistreis. Was willst du nicht? idenceblog. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist alles deine Schuld, Feuer. Und deine Schuld? Nein, das Geld. Das ist an allem schuld. Er hat recht. Deswegen haben wir uns gestritten. Wir haben nicht mal den Drucker repariert. Geld ist nichts weiter als bloß Papier. Obwohl Geld streng geheim gedruckt wird, wissen wir trotzdem etwas über den Prozess. Das Papier, das für die Geldscheine benutzt wird, besteht aus Baumwolle und Lein. Es ist stärker als normales Papier, das aus Holz gemacht wird. So zerreißt es nicht so leicht. Selbst wenn man es tausendmal faltet. Die Tinte, die für das Gelddrucken benutzt wird, ist auch besonders. Sie kann nicht abgerieben werden oder in der Sonne verbleichen. Das ist noch nicht alles. Die Tinte hat geheime Elemente, die nur gesehen werden können, wenn man das Geld in einem besonderen Licht sieht. Das schützt die Menschen vor Falschgeld. Aus dem gleichen Grund gibt es Wasserzeichen mit Metallfäden und winzig kleine Schrift. Diese Schrift ist sehr schwer lesbar, es sei denn, man ist ein Fixie. Hoffentlich habe ich nicht zu viel verraten. Alles geschafft. Zeit für einen Test. Und was sollen wir drucken? Ein Wort mit echtem Wert. Ja, etwas sehr Wertvolles. Nein, es ist nicht Geld. Ja, so ist es viel besser. Freundschaft. Freundschaft. Der Geschirrspüler. Du fängst mich nie. Du fängst... Hast du Spaß? Alles andere ist dir egal. Was? Wir sorgen uns um mehr als ihr zwei zusammen. Ja, das ist uns sonnenklar. Wollen wir wetten? Wie wäre es, wenn wir versuchen, euren Job zu machen und ihr macht unseren? Und wer verliert, muss dem anderen einen Wunsch erfüllen. Hier in der Küche ist ein Geschirrspüler, der nicht funktioniert und ihr lenkt uns mit eurem Unsinn ab. Warte doch. Wir machen es. Findet das kaputte Teil. So gut wie erledigt. Wo ist es? Ihr seid die Erwachsenen. Geht und findet es. Passt gut auf euch auf. Und ihr Kinder in die Schule. Aber benehmt euch ordentlich. War ich da, als wir in der Schule Geschirrspüler dran hatten? Das wichtigste Element eines Geschirrspülers ist dieses Teil. Der Sprüharm. Er sieht aus wie ein Propeller. Nachdem die Pumpe des Geschirrspülers Wasser einleitet, wird es erwärmt, mit Reinigungsmittel gemischt und dann mit hohem Druck hochgepresst. Dadurch dreht sich der Propeller sehr schnell, sodass er das Wasser stark herausschießen kann, um all den Dreck von den Tellern und Gläsern abzuwaschen. Das geschieht schonend, sodass das Geschirr nicht nur glänzend herauskommt, sondern auch unzerbrochen. Soll das ein Elternabend sein? Oh nein, es ist ein Experiment. Heute bin ich Simka. Hehe, und ich Nolik. Alles klar. Wer kann dem Rest der Klasse sagen, was wir gestern gelernt haben? Simka. Gestern? Oh! Schon vergessen. Setz dich. Dafür gibt's eine Fünf. Hm, das Problem liegt wohl im Schaltfeld. Vielleicht ist der Spülmaschine Wasser ausgegangen. Ach, Papus, streite dich nicht mit deiner Frau. Hopps! Dieses Teil funktioniert. Und das auch. Weißt du was? Warum spülen wir das Geschirr nicht einfach? Das wäre geschummelt. Niemand wird es merken. Das Geschirr wird blitzeblank sein. Und bam, wir gewinnen. Seht mal, wir haben's geschafft. Wieso leuchtet die Anzeige nicht? Fixies reparieren Dinge. Und wie nennt ihr das? Und ihr? Wart ihr beiden heute in der Schule? Klar waren wir das. Ich, ich meine Simka, bekam eine Fünf für ihre Antwort. Na danke, Marcia. Ja. Und habt ihr mit Tom Thomas gespielt? Du weißt doch, dass wir uns den Menschen nicht zeigen. Tom Thomas ist nicht irgendein Mensch. Er ist unser Freund. Entweder spielt ihr mit ihm oder ihr verliert. Genauso wie wir. Keinesfalls. Wir spielen noch eine Runde. Die ersten Küchengeräte erschienen vor etwa 7000 Jahren. Die Menschen machten sie entweder aus Stein oder aus Holz. Andere Behälter für Essen waren geflochtene Körbe. Die Körbe wurden mit Ton bestrichen, sodass sie länger hielten. Damals musste einer dieser Körbe in ein Lagerfeuer gefallen sein. Und siehe da, der Korb außen verbrannte und der Ton wurde hart wie Stein. Diese Entdeckung führte zur Erfindung des Tongeschirrs, das bis zum heutigen Tag genutzt wird. Später entwickelte man Geschirr aus Glas, Metall und Gusseisen. Den reichsten Menschen wurde das Essen sogar auf Silber oder Gold serviert. Heute ist Küchengeschirr nicht nur eine praktische Angelegenheit, sondern es kann auch als Dekoration im Haus glänzen. Vergiss es, das ist unmöglich. Sagen wir ihnen einfach, wir geben auf. Simka, warum ist der Knopf schief und tragt nicht raus? Weil der Knopf eingeklemmt ist. Ja, Nolik, du hast herausgefunden, was nicht stimmt. Gut, dass ich den mit mir rumtrage. Tisch! Eins. Papus, wir haben alles repariert. Tsch, 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 tsch. Wirklich? Heißt das, ihr spielt mit ihm? Vier. Wir sind keine Drückeberger. Ha! Fünf. Wer von uns hat dann gewonnen? Ich komme. Es ist ein Unentschieden. Jedes Team hat einen Wunsch frei. Unser Team will, dass ihr meine Fünf ausbügelt. Und ihr beendet das Spiel mit ihm. Kinderspiel. Der Fernseher. Sieh genau hin. Erst nehme ich etwas vom Gelb. Dann etwas Blau. Dann mische ich sie. Und jetzt haben wir die Farbe Grün. Ist das nicht toll? Cool. Und das klappt nicht nur beim Malen. Dein Fernseher funktioniert ganz genauso. Wirklich? Unglaublich. Das ist peinlich. Nolik, du solltest das doch wissen. Wir leben doch in dem Fernseher. Zusammen mit Papus und Masia. Komm schon. Der Bildschirm eines Fernsehers besteht aus winzigen leuchtenden Punkten, die rot, grün oder blau sind. Wenn grüne und blaue Punkte gleichzeitig leuchten, sehen wir die Farbe hellblau, wie bei einem klaren blauen Himmel. Wenn grün und rot leuchten, sehen wir eine gelbe Sonne. Und wenn alle drei Farben hell zusammen leuchten, dann sehen wir weiß auf dem Bildschirm. Vielleicht ist das schwer zu glauben, aber es ist wahr. Alle Farben auf dem Bildschirm bestehen aus nur drei Farben. Rot, grün und blau. Also alles, was wir auf dem Fernsehbildschirm sehen, hat nur drei Farben. Rot, grün und blau. Ist das nicht toll? Woher weißt du das alles, hä? Übrigens, wahrscheinlich solltest du bald einen neuen Fernseher bekommen. Was meinst du? Klar. Toll. Dann nehme ich den hier mit. Zur Arbeit. Wir machen gerade eine Reportage über alte Geräte. Hurra! Ich bekomme einen mega coolen neuen Fernseher. Simka Nolik, habt ihr das gehört? Seid ihr hier? Wahrscheinlich sind sie nach Hause gegangen. Ein Moment. Ihr Zuhause ist, ihr Zuhause ist der Fernseher. Das war doch so ein schönes Zuhause. Das ist okay. Dann ziehen wir eben in einen anderen Fernseher. Den in dem Wohnzimmer? Warum nicht? Das ist ein schöner, neuer mit einem riesigen Flachbildschirm. Wir werden das Sofa hier lassen müssen. Was? Wir haben nicht genug Platz im anderen Fernseher. Dann zieh ich da nicht ein. Wohin sonst? In den Kühlschrank? Nein, danke. Meine Nase läuft. Was ist mit dem Herd? Oh. Und was ist mit uns? Du hast doch gesagt, dass Kinder einem Herd nicht zu nahe kommen sollen. Wie wär's denn mit der Mikrowelle? Nein, es ist gefährlich dort. Dann ins Klavier. Welches Klavier? Es gibt kein Klavier in Tom Tommes Wohnung. Schade. Ein Klavier wäre der schönste Ort für ein neues Zuhause. Sieht aus, als sind wir schon in einer Schachtel. Wir sitzen fest. Gut. Papa! Hey, Papa! Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte keinen neuen Fernseher. Hm. Warum willst du keine neuen? Ich hab mich so daran gewöhnt. Du bist ein Müllsammler. Genau wie du, Papa. Menschen hatten immer den Traum, etwas weit Entferntes sehen zu können. Wir alle kennen Märchen mit Kristallkugeln und Zauberspiegeln. Aber das Wunder des Fernsehers begann erst vor 100 Jahren. Die Bildschirme auf den ersten Apparaten waren so klein, dass Menschen Lupen nehmen mussten, damit das Bild groß genug war, um es sehen zu können. Seit den ersten Fernsehern änderten sich mit der Zeit sowohl das Innere als auch das Äußere dieses erstaunlichen Gerätes. Sperrige Fernsehröhren wurden ersetzt durch elektronische Chips. Bildschirme wurden größer und größer. Fernseher sind nicht mehr sperrig, sondern sie haben große, flache Bildschirme, die sogar an der Wand hängen können, wie ein Bild. Und bald könnte es sogar möglich sein, dass man Fernseher wie eine Matte zusammenrollen und sie überall mit hinnehmen kann. Alles klar? Ich stelle ihn zurück. Unter einer Bedingung. Wenn er kaputt geht, kaufen wir dir sofort einen neuen. Ja, klar. Mit uns geht der niemals kaputt, richtig? Nie und nimmer. Oh, da haben wir es. Die Farben sind vollkommen falsch, siehst du? Anscheinend müssen wir ihn doch wegwerfen. W-w-w-warte, das wird schon gleich wieder. Pass auf. Eins. Zwei. Und... Drei. Wie hast du das gemacht? Ich hab nur die drei Farben gemischt. Wie gesagt, rot, grün und blau. Kisch. Das Sportgerät. Nolik? Ich bin nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Was ist los mit dir? Da ist dieses Rennen, das sehr weit beginnt. Jungs gegen Mädchen, ihr Team gegen unseres. Na und? Na und? Ich bin der kleinste im Team. Ich will nicht alle enttäuschen. Deshalb verstecke ich mich hier, damit mein Team nicht verliert. Gib doch nicht einfach auf. Du kannst lernen, schneller zu rennen, wenn du willst. Meinst du? Natürlich. Deswegen trainiert man schließlich. Du brauchst ein Laufband, um stärker zu werden. Cool. Und wo kriegen wir so eins her? Wir machen es selbst. Sportgeräte wurden erfunden, damit Menschen trainieren können, ohne nach draußen zu gehen. Mit einem Laufband kann man zum Beispiel sehr lange laufen oder rennen, ohne den Ort verlassen zu müssen. Das elementare Teil des Laufbands ist ein Förderband, das von einem elektrischen Motor angetrieben wird. Heutzutage können Laufbänder auch die Geschwindigkeit messen, die zurückgelegte Strecke, den Puls und sogar das Ergebnis des letzten Workouts. So, fertig. Schriech. Es wird Zeit, mit der ersten Trainingseinheit zu beginnen. Wie soll ich denn bitte schnell rennen lernen, wenn du so langsam drehst? Hey, das war etwas zu schnell. Oh, tut mir sehr leid. Ich hab's. Das nennt man Training. Dann, Thomas, was denkst du? Vielleicht habe ich schon genug trainiert? Noch nicht. Du musst noch weitermachen. Äh, ich kann nicht mehr. Hören wir auf. Puh, auf keinen Fall. Dreh weiter. Los! Es gibt alle möglichen Sportgeräte, die uns helfen können, in Form zu kommen. Dieses hier simuliert Skifahren. Es trainiert die Arme, Beine und Herz. Und mit dem kann man rudern, wie mit einem Ruderboot. Und wenn man treten will, garantiert ein Übungsfahrrad ein tolles Workout, egal wie schlecht das Wetter gerade ist. Es gibt auch Kraftsportgeräte. Diese Geräte können helfen, große, starke Muskeln aufzubauen und den Körper in Form zu bringen. Allerdings kann man auch tolle Übungen machen, ohne diese sperrigen Geräte. Es gibt zahlreiche, viel einfachere Geräte, die in jeden Haushalt passen. Zum Beispiel eine Stange für Klimmzüge. Ein Seil an der Decke zum Klettern. Springseile, Gewichte, Hula-Hups und Gymnastikbälle. Wichtig ist, etwas zu tun. Puh, ha, he, he. Okay, Mädchen, macht euch gefasst. Oh, hab ich ja ne Angst. Wir zeigen Ihnen, wer hier der Sieger ist. Richtig, Spule? Ich gebe mein Bestes. Spule wird Nolik auf jeden Fall schlagen. Wir müssen den Zahn zulegen. Es wird Zeit, das Rennen zu starten. Teams, seid ihr bereit? Bereit. Auf die Plätze, fertig, los! Feuer! 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 Pause, Leute, schaue malett. Schneller! Spule! Spule! Komm schon, Spule! Jawoll! Spule! Spule! Nulik wird Spule nie einholen. Spule! Spule! Los geht's! Es scheint, als holt er auf. Los, zieh doch! Nulik! Geh mal! Schleller! Komm schon, Nulik! Nulik! Du hast es, Nulik! Los! Sieh doch hier! Nulik! All das Training am Sportgerät hat rückwürdig gewonnen. Spule! Schleller, Nulik! Seht, was Spule passiert ist! Nulik! Nulik! Wohin gehst du! Das Ziel ist dort! Nulik! Nulik! Hä? Ah! 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 Du schimpfst es. Hurra! Also, welches Team hat gewonnen? Wir natürlich. Unentschieden. Tom Thomas, das ist nicht fair. Es war aber eins. Und ein sehr nobles. Alles klar. Wartet nur auf das nächste Rennen. Nolik wird es sicher gewinnen. Jetzt dürft ihr alle fünf auf die Siegertreppe steigen. Oh nein. Alle ersten Plätze sind belegt. Für dich finden wir ein. Das Vogelhäuschen. Hast du das gehört? Was? Da, schon wieder. Da draußen, hinter dem Fenster. Ah, ein kleiner Vogel. Der ist wunderschön. Ja, aber er ist traurig. Ich werde ihn jetzt zum Lachen bringen. Ich glaube, er findet das nicht zum Lachen. Wahrscheinlich, weil ihm kalt ist. Oh, er möchte etwas fressen. Das ist alles. Wie wäre es mit einem Häuschen für den kleinen Kerl? Weißt du, wie man ein Vogelhaus baut? Nein. Aber wir beide kennen hier jemanden, der alles weiß. Im Winter ist es nicht so leicht für Vögel, ihr Futter unter dem Schnee zu finden. Also kommen ihnen die Menschen zu Hilfe. Sie bauen kleine Häuser für die Vögel. Darin wird Futter aufbewahrt. Solche Häuser nennt man demzufolge Vogelhäuser. Vogelhäuschen können aus Holz, Plastik und sogar aus Milch- oder Saftkartons sein. Man kann ein Vogelhaus ganz einfach Welber bauen. Aber damit ist natürlich noch nicht alles getan. Das Wichtigste ist, dass man daran denkt, es stets mit Futter zu füllen. Okay, legen wir los. Und damit ist das Vogelhäuschen fertig. Und was sollen wir reinlegen? Ich hab ne Idee. Lisa, ich nehme hier etwas für einen kleinen Vogel, okay? Du bist doch nicht neidisch. Neidisch, neidisch, neidisch. Ist Lisa neidisch? Lisa ist neidisch. Du musst lernen zu teilen. Lisa ist neidisch. Du hattest wohl noch nicht genug? Nicht genug, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Wow, jetzt sind schon zwei da. Frisst nur, es ist genug für alle da. Arme Lisa. Arme Lisa. Kommt, laden wir sie auch ein. Wir eröffnen ein Riff raus für Vögel. Warum hast du die kleinen Vögel verscheucht? Das Vogelhaus ist für sie, kapiert? Flieg weg. Sie piesackt unsere Freunde. Hey, weg da, weg. Jetzt wirst du sie nie mehr los. Das werden wir ja sehen. Aha. Es hielt ihr recht. Es ist nicht nett, die kleinen zu piesacken. Und die großen zu piesacken findet ihr in Ordnung? Die Taube muss doch auch was essen. Fressen, fressen. Ganz sicher? Sicher. Winter kann wunderschön sein, aber auch sehr kalt. Tiere haben verschiedene Weisen, um sich auf das kalte Wetter einzustellen. Manche Vögel sammeln sich in Schwärmen und fliegen dahin, wo es warm ist. Man könnte auch sagen, sie fliegen in den Urlaub. Eichhörnchen, Hamster und Streifenhörnchen lagern ihre Nüsse, Pilze und Zapfen. Nicht jeder Mensch hat so eine gut organisierte Speisekammer. Stinktiere und Bären essen viel mehr im Herbst und kuscheln sich dann in ihre Höhlen und Erdlöcher, um dort Winterschlaf zu machen. Auch Fische machen Winterschlafen, allerdings auf dem Boden der Seen und Flüsse. Frösche, Schlangen und sogar Wespen vergraben sich im Boden. Aber Hasen, Füchse und Wölfe lassen sich dickes Fell wachsen, welches sie vor der Kälte schützt. Wobei es gar nicht immer so leicht ist, Futter zu finden. Das ist jetzt dein Häuschen. Und das Neue ist für die kleinen Vögel. Hey, fängst du schon wieder an? Na also. Ach, aber die kleinen Vögel, sie kommen sicher nie wieder zurück. Schau, Nulli. Sie sind zurückgekommen. Ich bin ja so froh. Alles wieder gut. Tisch! Tisch! Das Bügeleisen. Fertig! Danke für eure Hilfe. Professor Eugenius! Ja, Elisa? Die Preisverleihung ist in einer Stunde. Sie müssen bald los. Ich weiß doch, Elisa. Wofür kriegen Sie denn einen Preis? Es geht um das Genie des Jahres. Nicht gerade bescheiden, aber wohlverdient. Wow! Und Sie bekommen den Preis? Nun, ja. Kommt das ins Fernsehen? Aber klar doch. Cool. Und können Sie mich in Ihrer Rede grüßen? Und mich und mich! Und Finca! Ja, sagen Sie folgendes. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und die Fixies grüßen. Das ist ja eine großartige Idee. Dann erfährt die ganze Welt von den Fixies. Professor Eugenius, habe ich nicht vorhin hier ein Bügeleisen gesehen? Hm? Hm? Oh! Ach, kommen Sie, Elisa. Das ist doch nicht nötig. Da gibt es keine Diskussion. Sie müssen einfach perfekt aussehen. Sonst denken doch alle, ich würde mich nicht um sie kümmern. Erst lasse ich das Bügeleisen aufwärmen und dann bügle ich ihren Anzug. Der wichtigste Teil eines Bügeleisens ist die Heizspule. Sie liegt in der Bügeleisensohle versteckt. Wenn das Bügeleisen an Strom angeschlossen wird, wird die Spule heiß und erwärmt die Sohle. Ein Bügeleisen braucht man, um Falten in der Kleidung zu glätten. Bügeleisen haben auch einen Wassertank. Wenn das Wasser erhitzt, wird es zu dampf. Der Dampf kommt durch die Löcher in der Bügeleisensohle. So wird es einfacher, Falten zu glätten. Ah, das ist heiß. Jetzt muss ich es nur noch mit Wasser füllen, Professor. Das ist doch Wasser, oder? Ja, ja, Wasser. Selbstverständlich. Was soll es denn sonst sein? Nein, 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 nein. Moment, Moment. Das ist kein Wasser. Was denn sonst? Nun, es ist Saft. Saft? Ja, Saft. Oh nein, das hält das Bügeleisen nicht aus. Iiii, und das stinkt so widerlich. Ich habe es kaputt gemacht. Wie schrecklich. Nein, nein, Elisa. Machen Sie sich nicht verrückt. Mich nicht verrückt machen? Es ist die Genie des Jahreszeremonie. Und Sie werden in einem zerknetterten Anzug vor dem ganzen Land stehen. Oh, das überlebe ich nicht. Oh, oh, ah, Elisa. Halten Sie durch. Passen Sie auf. Elisa. Oh, oh, oh. Oh. Elisa. Professor Eugenius, ist alles okay? Ach, könnte nicht besser sein. Wir kümmern uns um das Bügeleisen. Und Sie kümmern sich so lange um Elisa. Ah, das wäre toll. Ah, Sie da drüben. Ich repariere den Kontakt. Du und Noli könnt den verbrannten Saft abkratzen. Mhm, mhm. Elisa, Elisa, bitte wachen Sie auf. Geschafft. Es ist repariert. Elisa, Sie sollten das Bügeleisen sehen. Es funktioniert. Was? Und ich liege hier nur herum? Ich muss mich beeilen. Bügeleisen und Anzug. Zerknitterte Kleidung ist nicht gerade schön. Und deswegen haben Menschen schon zu Urzeiten versucht, faltenlos zu werden. Zum Beispiel, vor langer Zeit legten Menschen ihre Kleidung unter einen schweren, glatten Stein. Im antiken Rom schlugen Menschen ihre Gewänder mit einem Metallhammer. Und in China wurde Kleidung mit heißen Bratpfannen gebügelt. Bügeleisen in der Form, die wir heute kennen, erschienen erstmals im Mittelalter. Sie waren aus gegossenem Eisen und mussten in einem Ofen erhitzt werden, bevor sie genutzt werden konnten. Später erhitzte man das Bügeleisen, indem man heiße Kohle hineinlegte. Und endlich, im 19. Jahrhundert, wurde das praktische elektrische Bügeleisen erfunden und wurde seitdem genutzt. Und der Preis für das Genie des Jahres geht an Professor Eugenius. Bravo, 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 Professor! Griech! Griech! Danke sehr. Meinen aufrichtigen Dank an Sie. Bei dieser Gelegenheit sende ich meine Grüße an die Fix... Äh, äh, an alle, äh, Fixi-Physiker. Geht den Preis schon her. Ach, das war echt knapp. Brillant, er ist einfach sensationell. Perfektion von Kopf bis Fuß. Nun ja, fast perfekt. Das war's. 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und 101, 102, 103, 104, 100 und... Oh, jetzt fällt es mir ein. 100 und... Nulik! Hey! Komm schon! Tom Thomas hat mir versprochen, dass ich mit ihm draußen Fahrrad fahren darf. Ich muss losgehen. Du Glückspilz, ich würde so gerne Fahrrad fahren. Ja, das würde ich auch gern. Ihr dürft nicht gehen. Warum nicht? Tom Thomas ist nicht euer Freund, okay? Er hat nur mich eingeladen. Wenn ihr eine Fahrradfahrt genießen wollt, dann sucht euch gefälligst einen eigenen Menschenjungen. Hey, Tom Thomas, bist du bereit? Geht nicht. Wir können nicht losfahren. Das Rad hat ein Loch. Ich hab versucht, es aufzupumpen, aber die Luft strömt raus. Hm, was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Fixie. Wir... Ich meine, ich habe es noch nicht gelernt. Warte kurz! Spule! Ziffer! Wartet kurz! Wir haben ein Loch im Fahrradreifen gefunden. Hm. Meinst du das, welches nur Freunde mitnimmt? Sei doch nicht so! Bitte helft mir! Ich dachte, Tom Thomas wäre nur dein Freund. Äh, warum kommst du nicht und fragst ihn selbst? Er könnte dann auch dein Freund sein. Seit tausenden von Jahren helfen Räder Menschen auf der ganzen Welt. Der Vorfahre des Rads ist ein Baumstamm. Menschen legten Stämme unter schwere Lasten, um sie zu bewegen. Dann hatten Menschen die Idee, die Stämme in Scheiben zu sägen und die Scheiben durch eine Achse zu verbinden. Und da war es. Das Rad. Räder machten das Leben angenehmer. Später kamen Räder mit Speichen, Metallfassungen und Gummireifen. Bald darauf rollten die Menschen auf der ganzen Welt mit allen möglichen Fahrzeugen umher. Töpfer, Mühlen, Huren. Es gibt so viele Verwindungen für Räder. Und mit der Dampflok, Dampfschiffen und Autos verbreiteten sich die Räder auf der ganzen Welt. Sie haben sogar den Planeten Mars erreicht. Das Rad ist wirklich eine der einfachsten und erstaunlichsten Erfindungen des Menschen. Puh, es ist ab. Und was jetzt? Jetzt muss der Schlauch raus. Meinst du dieses Gummiding? Ja, das ist der Fahrradschlauch. Da muss irgendwo ein Loch sein. Pumpe ihn auf, Tomtommes. Dann sehen wir, wo die Luft rauskommt. So findet man kaum das Loch, Nulli. Warum denn nicht? Weil das Loch wahrscheinlich winzig klein ist. Wie findet man es sonst? Um es zu finden, brauchen wir Wasser. Wieso? Ja, wieso? Jetzt verstehe ich, warum wir Wasser brauchen. Da, seht ihr die winzigen Bläschen? Ja, seht ihr? Das ist die Luft aus dem Schlauchinneren. Das bedeutet, das Loch ist hier. Nulli, du bist ein Genie. Huah, ich habe es gefunden. Schaut! Überlass das bitte mir. Ich habe den richtigen Klebstoff im Pakomat. Das Loch ist genau hier. Ich habe es entdeckt. Aber erst müssen wir das Pumpe trocknen. Sieht trocken aus. Dann können wir jetzt kleben. Es ist repariert. Tiddy! Alles klar, alles bereit. Hurra! Ziffer, Spure, kommt ihr mit? Ich weiß nicht. Wir wurden nicht eingeladen. Ich bin sicher, er wird euch einladen. Stimmt's, Tom Thomas? Natürlich werde ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Hup! Fahren wir los! Sieht das Rad, sieht das Rad. Es erspart uns viel Zeit, welch ein Segen. Sieht das Rad, sieht das Rad. Sieht das Rad, rollt auf allen Wegen. Sieht das Rad, sieht das Rad. Es bezwingt jeden See, alle Berge. Sieht das Rad, sieht das Rad. Sieht das Rad, rollt durch weite Ferne. Ja, ich liebe das Rad. Wie die Sonne mit goldenem Schimmer. Sieht das Rad, goldenes Rad. Sieht das Rad, scheint in unserem Zimmer. Ja, ich liebe das Rad. La, 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 la. Schokolade Tom Thomas, pack es endlich aus. Morgen früh, Nullik. Ich will wissen, was für ein Spielzeug da drin ist. Hab Geduld, Nullik. Es reicht. Ich gehe ins Bett. Fass sie bitte nicht an, okay? Und du öffnest es nicht ohne mich, okay? Abgemacht. Gute Nacht, Norlik. Aha. Was machst du denn hier? Ich, also, ich habe... Oh, eine Schokokugel mit einem Spielzeug. Wie interessant. Ja, aber voll. Machen wir es auf und sehen hinein. Das geht nicht. Ich habe es von Thomas versprochen. Aber wenn wir aufpassen, merkt er nichts. Die Schokolade lebe ich gerade. Weil man sie so schön eingewickelt hat. Ich wünsch mir gerade die wunderbare Schokolade gleich aufzureißen. Und ich weiß ab. Weiß ab. Weiß ab. Nun ja. Jetzt haben wir es gesehen. Tom Thomas wird aber sauer sein, wenn er merkt, dass ihr die Schokolade angefasst habt. Und du? Du hast sie nicht angefasst? Hab ich nicht. Oh, und was ist dann das? Schokolade? Ja, absolut. Es ist eine 100% echte Vollnichtschokolade. Das steht hier. Die wichtigste Zutat in Schokolade sind Kakaobohnen. Sie werden geröstet, zerdrückt und gemahlen. Dann werden die Bohnen gepresst, um das Öl zu extrahieren. Mischt man Butter, Kakao und Zucker, bekommt man dunkle Schokolade. Mischt man Milch hinzu, bekommt man Vollmilchschokolade. Das erwärmt man, gießt es in eine Form und kühlt es wieder ab. Man kann auch Rosinen oder Nüsse hinzugeben. Manchmal wird Schokolade sogar mit Geschmäckern wie Blumen oder Salz gemacht. Schokolade wurde ursprünglich nicht zum Essen gemacht. Sie wurde als ein Trank mit gerösteten Bohnen, Wasser und scharfen Chilischoten verwendet. Nicht alle Erwachsenen konnten es trinken, geschweige denn die Kinder. Heute zählt Schokolade zu den Lieblingssüßigkeiten von Kindern und Erwachsenen. Wie sollen wir sie wieder zusammenbauen? Wie wär's mit Klebeband? Kommt schon. Zuerst erwärmen wir die Schokolade, damit sie wieder weich wird. Dann können wir eine neue Kugel formen. Und wir machen sie wieder hart. Ja, indem wir sie abkühlen. Die Schokolade Seh ich gerade Ist bis zur Hälfte einfach weg Das ist ja schade Doch mit der Schokolade Ist es wie immer Einfach verhext 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 Geschafft Legen wir das Spielzeug rein Aber wir haben es noch gar nicht gesehen Oh, es ist so schön Tom Thomas wird es lieben Oh, wartet Was hattet ihr von dieser Idee? Ich hab gerade Ne neue Schokolade Die jemand ganz toll eingewickelt hat Sie ist zu schade Die neue Schokolade Will ich behalten Und weiß Und weiß nicht ab Hallo du Oh, was ist das? Eine Schokokugel? Hast du mein Glück? Vielleicht ist da ein Spielzeug drin? Mhm Aber ich darf es nicht auspacken ohne Nullig Kannst du das wirklich nicht ohne ihn? Geht nicht Wir haben nämlich einen Deal Mh, deine Schokolade ist sicher köstlich Na los, nasch ein bisschen Hm, wenn du das sagst Dann ess ich sie Aber wir packen das Spielzeug nicht ohne Nullig aus Mh, lecker Komm schon Willst du nicht wissen, was drin ist? Wir verraten nichts Alles klar Ganz schnell Dann mach ich's wieder zu Was ist das denn? Fisch! Nullig? Wirklich? Wie kommst du da rein? Überraschung! Hm Du warst in dem Behälter Der Behälter war in der Schokokugel Ja Und die Kugel Das ist doch unmöglich Ah Ihr beiden steckt dahinter Vielleicht ein bisschen Moment Nullig Du hast versprochen Die Schokolade nicht bis zum Morgen anzufassen Und du hast versprochen Es nicht ohne mich auszupacken, oder? Sie ist so schön Schoko Das Sieg Toll, danke Hier ist es Ah, fantastisch Mal sehen Was brauchen wir Milch Mehl Mehl Eier Etwas Zimt und Rosinen Der Zimt ist gleich hier Aber die Rosinen sind alle Äh, die Rosinen sind alle Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen Ah, es ist zu spät Die Geschäfte sind geschlossen Müsli Wir haben Müsli Na und? Da sind Rosinen drin, schau Tom Thomas, du bist ja ein Genie Du kümmerst dich um die Rosinen Tom Thomas, was nimmt Mama um den Teig zu kneten? Den Mixer Wie wär's mit dem Mixer? Hm, keine schlechte Idee Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast Und du hast den Teig noch nicht gemacht Das geht ganz schnell mit dem Mixer Na gut, Papa Mal sehen, wer zuerst fertig ist Komm schon, schneller, schneller Sei doch kein Tollpatsch Wenn ihr meint, ihr wärt so toll Warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen Ah, fang Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen Wir müssten nach unten tauchen Taucht? Schnell Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten Wir können die Rosinen nicht sehen Dann taucht nochmal Nein, so wird das nichts Wir brauchen einen Filter Um Samen von Hülsen zu trennen Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen Nehmen wir Filter Der einfachste Filter ist ein Metallnetz Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert Und in Geschirrspülern Sie halten das Wasser sauber Indem sie kleine Schmutzpartikeln abfangen Somit halten Maschinen länger Und gehen nicht so schnell kaputt In anderen Worten Filter trennen das, was wir wollen Von dem, was wir nicht wollen Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt Perfekt Dieser Filter ist ein Sieb Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber Schüttel das Müsli hinein Und jetzt schüttel es Damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen Und die Rosinen drin bleiben Papa macht den Mixer schon an Dann musst du schneller schütteln Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche Der Mixer ist zu kraftvoll Der Mixer ist in Ordnung Der Teig ist zu flüssig Ihr müsst Mehl hinzugeben Du brauchst mehr Mehl Okay, woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr Nicht nötig Ich habe alle Flocken ausgesiebt Cool, es hat echt geklappt Papa Was? Kann ich dir Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an Wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche Und befahl Aschenputtel, alle auszulesen Aber was die meisten Leute nicht wissen Es waren Fixies, die Aschenputtel halfen Die Erbsen von der Asche zu trennen Mit Hilfe eines Siebes Das ist wahr Aschenputtel war eine Freundin der Fixies Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere in Märchen zurecht gefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen Okay, mach die Augen auf Tadaa Wunderschön Ähm, wessen Idee war das? Tom Thomas Die sind so gut Was ist das Rezept? Das ist von Tom Thomas Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe Tom Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt Gut gemacht, Tom Thomas Ganz alleine? Das ist doch klar Kinnisch! Das Bauset Tom Thomas Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht Guckt doch mal Ah Seht euch das an! Was für ein wunderschönes Schloss das ist! Wie aus einem Märchen! Nein, es ist aus meinem Bauset Ich hab selbst zusammengebaut Cool! Spiel mir Ritter! Ich liebe dieses Spiel Und der alte Drachen auch! Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin Hopp! Hopp! Wo ist der tapfere Ritter, der mich vor diesen bösen Drachen retten wird? Warte! Ich rette dich, Mk! Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter Du hast nicht mal ne Rüstung Rüstung? Warte, ich bin gleich zurück Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen Setzt man sie so zusammen Hat man ein Haus Und so ein Auto Oder so ein Raumschiff Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden Es gibt auch Magnetsets Legt die Teile zusammen Durch die magnetische Anziehung haften sie Pass auf, Drache! Oh, rette mich! Oh, hilf mir! Hm, wo steht denn dieser Ritter? Und wo ist das Schloss? Der Planet wurde von Robotern angegriffen Sie haben das Schloss zerstört Und sie haben mich entführt Und bist du noch ne Prinzessin? Na klar bin ich noch ne Prinzessin Oh, rette mich, tapferer Ritter Gut! Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset Und deine Rüstung besteht aus Metall Also wirst du von den Magneten angezogen Tom Thomas, das ist nicht fair Mach mich hier los! Hahaha, okay Oh, rette mich! Hilf mir! Du musst mich retten! Halte durch! Ich komme gleich zurück! Ich muss mein Potsdam wechseln Started zurück! Man alta Men Okay, Columbia Und Du présent bist Du hast won oder deinen galaxies Wir haben ja Wir haben捷regation Wir haben ja Wir haben ja Wir wollen Nasch Ladend Was ist das Wir haben Wir sehen St Staats Hä? Was ist das Ding? Ein böser Tauberer hält mich in einer Kristallkugel gefangen. Und nun kann nur noch ein tapferer Ritter. Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiel ihn eben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und bald gefälligt's nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meinte sie, sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel. Denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant. Und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon. Manchmal ist Simka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig. Und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich hab ne tolle Schwester. Aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Hey! Hilf mir! Hilf mir! Kaubacke! Gib das zurück! Geh! Raus hier! Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaub, es geht schon. Nolik kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach, komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Kaubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Buh, 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 buh. Oh kühner Fixie, ich schlage dich nun zum Ritter. Sir Nolik. Hurra, hurra, hurra. Fisch! Die Toilette. Hey Tom Thomas, du kannst doch kein Wasser aus der Toilette trinken. Ich trinke es nicht. Was dann? Wischst du ab? In der Toilette? Komm schon. Was starrst du denn dann da drinnen so an? Ich glaube, die Toilette ist kaputt. Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Ja, und? Was meinst du damit? Wir müssen Wasser sparen. Simka, du hast mir das beigebracht. Du hast recht, Tom Thomas. Es ist wichtig, kein Wasser zu verschwenden. Aber das Problem von dieser Toilette liegt woanders. Wo? Im Spülkasten. Fast alle Toiletten haben einen Spülkasten, der Wasser speichert. Wenn nötig, wird das Wasser in die Schüssel gespült. Wasser fließt in den Kasten durch einen Wasserhahn, der mit einem Hebel verbunden ist. Wenn der Wasserstand im Spülkasten steigt, hebt sich der Hebel. Und wenn genug Wasser im Kasten ist, schließt der Hebel den Wasserhahn und das Wasser stoppt. Aber wenn der Hebel bricht, fließt immer mehr Wasser durch das Fallrohr in die Toilettenschüssel. Wir sind gleich wieder da. Sieh mal. Kaum zu glauben, wie schön das ist. Ha, ich sehe, was hier nicht läuft. Der Hebel, auf dem wir stehen, ist aus irgendeinem Grund abgefallen. Deswegen fließt das Wasser hier weiter heraus. Verstehe. Und es fließt immer weiter durch das Rohr in die Schüssel. Und? Was ist das Problem? Der Hebel, er ist abgekoppelt. Könnt ihr ihn befestigen? Nö, leider nicht. Ohne Pappus schaffen wir das nicht. Wir holen Pappus und du, Tom Thomas, du bewachst die Tür. Ja, sonst kommt jemand und betätigt die Spülung, während wir im Kasten arbeiten. Dann werden wir runtergespült. Wohin? Direkt in den Abwasserkanal. Und das heißt dann Bye-Bye, Tom Thomas, auf immer. Das Abwassersystem ist ein riesiges Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlaufen. Hierhin wird das dreckige Wasser aus Waschbecken und aus Toiletten gespült. Die Abwasserrohre befördern dann das dreckige Wasser in Klärwerke. Dort wird das Wasser gesäubert, bevor es in einen Fluss oder das Meer geleitet wird. Bevor die ersten Abwasserkanäle entwickelt wurden, warfen die Menschen ihren Dreck einfach durch ihre Fenster auf die Straßen. Och, der Gestank in den Städten war einfach schrecklich. Selbst die ersten Abwassersysteme bekamen den Gestank nicht in den Griff. Dieses stinkige Problem wurde erst gelöst, als die moderne Toilette erfunden wurde. Sie hat unten ein gebogenes Abflussrohr. Das hat einen Geruchsverschluss, sodass der Gestank nicht ins Haus gelangt. Frag nicht warum, aber niemand darf durch diese Tür. Es ist ein Geheimnis, Kaubacke. Komm, Thomas, kommst du essen? Nicht jetzt, Mama! Nicht mal einen Keks? Na gut, hör mir gut zu. Bewache die Tür, damit niemand spült. Und das gilt auch für dich. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Gut, dass ihr das gemerkt habt. Tom Thomas hat das gemerkt. Hä? Nun an die Arbeit. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Traubacke! Hey, wer ist da drin? Ich. Papa, benutze nicht die Spülung! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade duschen. Okay, aber benutze nicht die Spülung. Warum denn nicht? Sie ist kaputt. Wirklich? Mal sehen. Nein, tu es nicht! Hilfe! Jetzt! Ich hab gesagt, du sollst nicht spülen. Papa, warum? Warum weinst du? Wir haben es repariert. Ihr seid hier. Ich dachte, ihr wurdet in das Abwassersystem gespült. Es war sehr knapp, aber Nolik hat uns gerettet. Mich und Papus. Tom Thomas. Warum bist du so traurig? Wegen der Toilette? Aha. Sei nicht traurig. Die Toilette funktioniert einwandfrei. Wirklich? Ich musste sie testen. Jetzt muss ich auch gehen und sie testen. Die Befestigung. Und natürlich müssen alle Teile des Gerätes gut befestigt werden. Was machen Sie da, Kollege? Heute kommt Elisa aus ihrem Urlaub zurück. Also habe ich entschieden, das Labor aufzuräumen, bevor sie hier ist. So eine noble Initiative. Also, wo war ich? Du hast gesagt, alle Teile müssen befestigt sein. Ha, genau. Und welche Art von Befestigung kennt ihr? Feuer? Äh, eine Schraube. Mhm. Und was noch? Äh, noch eine Schraube. Das wären schon zwei Schrauben insgesamt, Simka. Um Holz oder Plastikteile zu verbinden, kann man Nägel nehmen. Nägel werden mit einem Hammer eingeschlagen. Bei Metall oder Stein muss man erst Löcher bohren für die Schrauben. Damit die Schraube besser hält, kann sie in einen Wanddübel eingeschraubt werden. Der Unterschied zwischen einer Holz- und einer Maschinenschraube ist, dass die Schraube für Holz eine Spitze hat. Maschinenschrauben gehen in bereits existierende Löcher oder in eine Mutter. Und was, wenn es gerade keine Schrauben oder Nägel gibt? Nun, dann kann sich ein Fixie in eine Schraube verwandeln und sich selbst einschrauben. So. Meisterhaft gemacht. Feuer. Meinst du, du kannst das? Na klar. Ja. Nolik? Ist es okay, wenn ich es nicht mache? Was meinst du, du machst es nicht? Ach. Warte, ich hab's nicht so gemeint. Ähm, äh, nein, es war doch so gemeint. Hab keine Angst. Du hast das schon so oft gemacht. Mhm. Hast recht. Du musst natürlich darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ja, wahrscheinlich. Diesmal wird dir das nicht passieren. Alles ist unter Kontrolle. Na los. Hab immer noch Angst. Wie wär's, wenn du's nochmal probierst? Wer hätte eigentlich diese dumme Idee mit der Schraube? Der Legende nach wurde die Schraube in der Antike erfunden, vom großen Archimedes. Durch seinen schraubenähnlichen Mechanismus baute Archimedes eine besondere Maschine, mit der man Wasser aus dem Kanal pumpen konnte. Im antiken Rom benutzten Menschen Holzschrauben und Pressen, um Öl aus Oliven zu pressen. Schrauben wurden auch zum Bohren genutzt oder als Wagenheber. Aber als Befestigung wurden Schrauben erst im 15. Jahrhundert genutzt. Bald darauf wurden Schrauben so beliebt, dass man heute kaum noch ein Gerät ganz ohne Schrauben findet. Und sollte eine dieser kleinen Schrauben herausfallen, eilen wir Fixies zur Hilfe. Denn wir verwandeln uns nicht nur in Schrauben, wenn wir uns vor Menschen verstecken. Wir machen es immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird. Nolik, probieren wir es mal zusammen. Hab keine Angst, wir sind bei dir. Bereit? Nolik, sieh zu, mein Kind. Ich habe mich schon über 100 Jahre nicht eingeschraubt, aber ich habe keine Angst. Siehst du, es ist kinderleicht. Großfix? Ich stecke fest. Alles meine Schuld. Kein Grund zur Sorge. Professor Eugenius, können Sie Großfix rausrauben? Ich bin gleich bei euch. Die ist etwas rostig. Eine alte Schraube. Ich weiß, was da hilft. Ein Tropfen Öl. Au! Professor Eugenius, ist alles okay? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Achtung, es fällt runter. Wir müssen das Regal an der Wand befestigen. Nolik, hilf uns, wir schaffen es nicht ohne dich. Finkai, ich habe auf. Nolik, rette mich. Was ist da draußen los? Kein Problem, Kollege. Ich wurde nur etwas vergraben. Kann mich jemand herausschrauben? Ich wünschte, ich könnte... Und wir halten das Regal. Und Nolik? Ich auch. Ich habe es geschafft. Ich habe mich eingeschraubt. Gut gemacht, Nolik. Ich wusste, dass du das kannst. Und wer hilft uns jetzt? Elisa wird bald kommen. Alles klar. Wir warten auf Elisa. Ja. Ich hoffe nur, ihr Rückflug hatte keine Verspätung. Die Sprühdose. Aha. Fußspuren. Das habe ich mir gedacht. Sind das eure Fußspuren? Nicht ohne. Was ist denn auf euren Schuhen? Was habe ich mir nur eingebrockt? Wie? Das ist schrecklich. Elisa, was für ein schrecklicher Geruch. Was ist das? Das ist Gift. Warum brauchen wir Gift? Ich vermute schon eine ganze Weile, dass hier irgendwas in unserem Labor lebt. Also? Habe ich gestern, als es dunkel wurde, heimlich den Tisch mit Mehl bestreut? Und... und was? Oh. Sehen Sie? Fußspuren. Und ich werde sie zerstören. Zerstören? Wen? Kommen Sie nicht von selbst drauf? Kakerlaken überall. Eine Kakerlake. Das denkt sie von dir. Äh, woher wollen Sie wissen, dass das Kakerlaken sind? Was soll es denn sonst sein? Nun, äh, vielleicht eine Spinne? Hm. Nun, Spinnen sind süß und nett ebenfalls. Aber wo ist dann das Spinnennetz? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ganz genau. Sind Kakerlaken. Das Zeug ist widerlich. Wo kommt das Zeug her? Es kommt aus einer Aerosol-Sprühdose, Nolik. Aerosol besteht aus winzigen kleinen Teilen und Partikeln, die ziemlich lange in der Luft hängen können. Stau, Brauch und Nebel. All das ist Aerosol. Menschen haben vor langer Zeit gelernt, wie man Aerosol herstellt. Man hat eine Flüssigkeit genommen, die Mücken abweist und in eine Dose gefüllt und Gas hinzugegeben. Wenn man den Knopf drückt, drückt das Gas die Flüssigkeit durch ein winziges Loch. Und so funktioniert ein Insektenspray. Dieses Spray wird die Fixes vergiften. Wir müssen Elisa unbedingt aufhalten. Lässt uns die Sprühdose zerstören. Auf keinen Fall. Das können wir nicht machen. Und was, wenn wir sie mit Schlagseine auswechseln? So ein Quatsch. Wir müssen Elisa überzeugen, dass es nämlich eine Spinne war und nicht Kakerlaken. Spinnen findet sie süß. Du hast recht. Lass uns Buggy suchen. Sprühdosen werden ganz unterschiedlich verwendet. Sie sind zum Beispiel sehr praktisch, um Medizin in einen geschwollenen Hals zu sprühen. Sie können genutzt werden, um die Luft mit dem süßen Duft von Parfüm zu erfüllen. Oder um unangenehme Gerüche mit Deodorant zu übersprühen. Mit Sprühdosen kann man auch sehr gut Farbe auftragen. Damit kann man sehr gleichmäßig malen. Manche Sprühdosen werden sogar für Essen gebraucht. Aber in Sprühdosen können auch tödliche Gifte sein, wie Insektenspray. Passt also auf, welches Spray ihr benutzt. Und ihr müsst immer vorsichtig mit Sprühdosen umgehen, damit niemand in eurer Umgebung verletzt wird. Eine Sprühdose darf man niemals öffnen, auseinandernehmen oder in sie hineinstechen. Und Spraydosen dürfen niemals erhitzt werden oder in die Nähe eines offenen Feuers geraten, denn sie beinhalten Gas, das explodieren kann. Buggie, hallo du! Warte! Hey, wo gehst du hin? Buggie, wir brauchen deine Hilfe. Warte doch! Buggie, hab keine Angst! Wir sind deine Freunde, stimmt's? Kannst du uns helfen? Bitte? Da sind ja neue Spuren. So, liebe Kakerlaken, das wird euer Untergang. Bist du bereit? Dann los! Schnell! Oh, verschone Buggie! Moin! Du bist so süß! So eine süße Spinne. Wollen wir Freunde sein? Es hat geklappt! Ich hoffe, jetzt wird sie niemanden mehr vergiften. Meine kleine Spinne, ich hätte dich ja fast vergiftet. Spinne? Wohin gehst du? Wir sind doch Freunde! Ja, das war eine gute Idee. Sei lieber mit uns befreundet. Buggie, warte! Sie ist sauer. Wegen uns wäre sie fast vergiftet worden. Sie will uns schon verzeihen, wenn wir uns nicht entschuldigen. Outro Er. 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 Ichanda sind aus wie Wir electronics Justin Er. Bis zum nächsten Mal.